Das nächste Mal 5000 Daumen nach oben ballern meine Freunde, die Glocke aktivieren. Hallihallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Vielen Dank Revi und heute meine lieben Freunde gibt es eine neue Runde. Haltet Siege mit Revi meine lieben Freunde. Was geht leider? Wir spielen heute in der Feuerwehrwache und Revi, ich habe ein Babo versteckt, denn Freunde, wir haben unglaubliche 4000 Däumchen nach oben auf die letzte Folge von gestern geschafft, hätte ich nicht gedacht. Leute, dann heute mal 5000 Daumen nach oben ballern meine Freunde, die Glocke aktivieren und vor allen Dingen, falls es noch nicht getan hat meine Freunde, den Kanal von Mo abonnieren, denn ich bin mir sicher, dass der eine oder andere von euch noch keinen Sub bei Mo da gelassen hat. So, ich würde anfangen runter zu zählen Mo, ich mache jetzt einfach mal dein Video. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf. Ich gebe mir noch kurz, kurz essen, nicht wundern. Vier, drei, zwei, eins, jahuuu, ich komme. Alles klar, dann komm mal. Okay, okay, okay. Dann komm mal. Oh Mo, du bist in der Feuerwache. Oh Mo, du bist in der Feuerwache. Denkst du, du wirst mich finden? Natürlich, Digga, ich bin der Beste im HZ. Okay. Oh Mo, du bist in der Feuerwache. Oh, das ist laut. Wahrscheinlich bist du... Hä, kann man die Etage nach oben kommen? Ja, klar. Aber hier sind so Leiter? Achso, man kann... Ah, da sind Treppen, okay. Du kannst auch die Leiter hochgehen, die Feuerwehr Leiter. Kann man? Ja. Oh lol, warum geht das denn? Ja, das geht irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Hä, man kann da hochklettern? Ja, ich verstehe auch nicht, wie das funktioniert. Witzig. Oh, oh mein Gott. Ich hab dich gesehen, oh Gott. Du hast einen Block abgebaut. Ich hab gar nichts abgebaut. Ah, ich weiß schon... Hä, ich dachte... Oh mein Gott, ich dachte, ich kenne mich die Map. Ich dachte, du bist in dieser Fahrzeughalle. Nee. Aber da bist du nicht, okay. Nee, ich bin nicht in dieser Fahrzeughalle. Na, Müritz, wo bist du denn? Ich such dich, ich find dich. Was ist das hier? Freunde, ich hab mich gerade gemütet. Oh Junge, sag nicht... Habt ihr Bock auf mehr Troys? Ballert den Daumen nach oben raus. Ja, bitte was? Okay. Nee, nee, alles gut. Boah, das ist voll laut. Im Klo bist du auch nicht. Siehst du gerade? Nee, wer war'n das? Ah Junge, halt den Mund. Okay, hier im Büro. Voll die seltsame Feuerwache, Alter. Ja, das ist die Minecraft-Feuerwache. Oh Junge, sag nicht, du bist am Dach, Alter. Ich hab sogar extra noch was aufs Dach gebaut, dass man aufs Dach gehen kann, damit es ein bisschen geiler ist. Hab ich vorhin extra noch gebaut. Aber ich bin da vielleicht gar nicht. Bist du in diesem Ding hier drin? Was für ein Ding? Nee, auch nicht. Was für ein Ding meinst du denn? Jetzt muss ich nochmal komplett runterziehen. Warst du denn schon im Schulungsraum? Welter Schulungsraum? Hm, anscheinend warst du da noch nicht. Warst du denn schon... Ah, hier ist der Schulungsraum. Nee, da ist ja nicht der Schulungsraum. Der Schulungsraum ist... Hier. Hör mal auf zu schießen, Alter. Bist du oben oder unten? Ich kann das gerade nicht hören. Warte. Hä, das hört sich so an, als wärst du direkt neben mir, Junge. Ja, du musst ja oben sein, Alter. Ah, hier ist noch eine Treppe, hier ist noch eine Treppe, hier ist noch eine Treppe. Das hört sich immer so an, als wär einer neben einem. Ah, Bro, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, oh. Das ist der einzige Raum, wo ich noch nicht drin gewesen bin. Das stimmt, glaube ich. Du warst in einem Raum, warst du doch nicht. Hä, warte, 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 warte. Ich war gerade im Schulungsraum. Da ist so eine grüne Tafel drin, ne? Weiß ich gar nicht. Hey, hier im Badezimmer war ich... Bro, mach jetzt keinen Miesen. Bist du wieder im Game Mode oder sowas? Guck, ich bin nicht im Game Mode, ich schwör's. Ich schwör. Okay, du bist nicht Game Mode 3, oder was? Ja, ich bin nicht Game Mode 3. Ich bin nicht Game Mode 3. Okay, okay, okay. Dann andere, andere Sache. Hast du Unsichtbarkeits-Potion? Nein. Geh doch. Das hört sich so an, als wärst du oben, Alter. Ja, du musst vielleicht mal zum Schulungsraum. Da warst du nämlich noch nicht. Junge, ich bin gerade im Schulungsraum drinnen. Nein, bist du eben nicht. Junge, ich bin hier drinnen, Mann. Du bist doch oben, ne? Das ist nicht der Schulungsraum. Nein, das ist unten, das ist der Schulungsraum. Oben ist einer, oder wie? Ach so, da bist du, okay. Soll ich nochmal hoch, oder was? Nö. Junge, gib mir doch mal jetzt einen Tipp, wo du bist, Alter. Okay, pass auf. Rewi. Ich schieß also hier alle Scheiben kaputt. Du musst dir von meinem Versteck... Ich schieß dir alles kaputt. Du musst dir von meinem Versteck ein Bild machen. Was muss ich? Von meinem Versteck ein Bild machen. Kreis Maul, was soll mir das sagen? Ich bin Picasso. Ach nein, Junge, ist das dein Ernst? Okay. Ich habe jetzt kein... Ne, 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 ne. Ich weiß genau, was du mir sagen willst. Ich gucke jetzt nicht hinter jedes verdammte Bild. Ist das dein Ernst, Digga? Okay, ich fange oben an. Ich fange oben an. Ich sage... Ne, unten. Okay, du bist also unten. Ja. Ich trau dir nicht. Ich gucke, ich mache jetzt jedes Bild hier oben weg. Ich mache jedes Bild hier oben weg. Ist das dein Ernst? Alter, wie viele Bilder hängen denn hier, Junge? Was ist denn das? Okay, hier oben bist du tatsächlich wirklich, glaube ich, nicht. Ey, Junge, ist das ein räudiges Versteck? War das hier drin oder hast du das dazu gebaut? Sag ich nicht. Sag ich nicht. Ey, hier sind hier keine doppelten Wände, nichts. Das kann ja nicht sein. Locker bist du in den Schulungsraum, Dings. Da sind nämlich auch... Klar, Alter, alles klar. Junge, 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 du bist so ein räudiger, Alter. Du bist so ein räudiger Hund. Wie viele Bilder hier bitte hängen in diesem Raum, Alter? Eins, zwei, drei. Hä? Ja, was denn? Ich habe hinter jedes... Gottverdammt hier noch eins. Ja, genau. Du hast hinter jedes geguckt. Deswegen hängt hier noch eins. Ganz genau. Hey, wo im Schulungsraum ist noch eins? Das sieht aus wie eine Shisha mit Flügeln. Was? Halt die Fresse. Beim Antext von Peck. Guck der jetzt... Legit, ich habe wirklich jedes Bild angeguckt. Kein Witz. Nein. Mein Junge, wo bist du, Alter? Am Eingang. Oh mein Gott. Halt die Fresse. Und wenn du jetzt... Junge, ist das dein Ernst, Alter? Hast du das extra gebaut? Ja. Oh, bist du ein räudiger Hundesohn, Alter. Alter. Irgendwann hast du gar keinen Bock mehr, mit mir aufzunehmen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Gebrankt. Gebrankt. Alles. I got... Aua. Kasse, Alter. Gut, ich würde sagen, Rivi, versteck du dich doch nochmal, okay? Okay. Aber du darfst dich... Du musst dich ernst verstecken. Wenn du mich trollst, versuchst du zu trollen, ich merke das. Dann gibt es einen Bann. Okay. Ich muss trotzdem kurz Game-Mod geben, weil ich habe keine Munition mehr. Okay. Ist bereit? Ja, jetzt bin ich bereit. Okay. Viel Spaß. Findest mich niemals, Alter. Ich glaube, ich gucke mir ein paar YouTube-Videos an, während du suchst. Halt zum Maul. Alter, dein Maul. Oh mein Gott, war das laut. Das war direkt neben mir. Wow, sagt laut, Alter. Oh mein Gott. Ich weiß, wo du bist. Du hast dich so hart verraten gerade. Habe ich nicht. Ich gebe dir einen Hinweis, okay? Du hast dich so krass verraten gerade. Du hast dich so krass verraten. Du wirst mich nicht finden, du wirst mich nicht finden, Alter. Ich habe mich aber jetzt auch einen Unfall versteckt, nur dass du es weißt, ne? Hör auf, Blöcke abzubauen. Ich baue keine Blöcke ab. Hast du schon Angst? Nö, weil ich weiß, dass du mich nicht finden wirst. Ich bin ein Liar, bin ein Chief, my sins the Holy One. Okay, okay. 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 Boop, 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 boop. Okay, verraten. Ne, 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 ne. Okay. Okay, ich gebe dir einen kleinen Hinweis, ja? Mhm. Lass dich verraten. Lass dich verraten. Ja, aber warum bist du so schnell, hä? Bin ich etwa da im Raum? Okay, soll ich dir was sagen? Was denn? Ich gebe dir einen ganz kleinen Hinweis, okay? Ja. Ähm, ne, doch nicht. Ne, doch nicht. Ja, da, 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 weißt du, das ist jetzt so, du willst jetzt dich so Rechner an mir legen. Okay, okay, okay. Like a satellite, I went over a bill about you. Ah, a satellite, who's on the air? Oh, oh, oh. Da war ich nämlich schon, du bist ein kleiner Lügner. Das ist nicht gerade wahr. Like a satellite, bin ich drin und fang das ab, das Signal. Digga, du bist dann... Ach, du bist so ein Lügner, Alter. Like a satellite, bin ich im Satelliten drin, ich bin im Satelliten drin. Ne, wissen nicht. Wer hat mich darin versteckt? Wo bist du? Im Satellit. Bist du nicht? Doch. Doch. Bist du nicht? Doch. Du kannst mich sogar sehen, Alter. Du kannst mich sehen? Ne, noch nicht. Du bist da nicht drin. Doch. Digga, ich bin da gerade drin. Bist du nicht? Warte mal was, also schieß mal. Jaaaa! Du warst unsichtbar, ich schwör's. Ich war in den Satelliten drin, sollst du dir zeigen, wo ich drin war? Komm her, Digga. Guck, guck, guck. Ah! Guck. Junge ist das... Digga, du bist so... Leute, wenn es euch gefallen hat, lass gerne ein Däumchen nach oben da. Schaut bei Revi vorbei. Ballert die 5000 Däumchen nach oben. Revi mal wieder ein bisschen getrollt. Und... Wuhuu! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.